und da sind wir wieder so das ist jetzt ein tag vergangen von dem der ersten aufnahme man schau ich war ich muss jetzt muss ich mich mal alles erinnern stimmt ich habe mir keine waffe gekauft paar tolle sonneangebote später will ich da haben wir hier schon irgendwas gemacht die dich haben wir gemacht ich habe mir nicht gemacht und dahinten dürften wir erst mit klank haben wir schon gemacht was fehlt uns hier noch nichts wir haben schon alles gemacht oder was das kann man erwartet ich dachte ich dachte müsste doch irgendwas machen egal dann sehen wir mal wo wir jetzt hin müssen geradeaus stimmt rilga ab nach rilga in gardium libido sa es kommt mir gerade etwas komisch vor gerade jetzt mal kurz ein cut weil ich etwas nachschauen will das kommt mir jetzt minimal merkwürdig vor okay bin wieder da passt alles okay da habe ich mich wohl falsch erinnert ich habe heute nicht viel getan ich bin früh aufgewacht um zu schneiden abgeschnitten und zwei videos hochgeladen und habe noch zwei weitere folgen schon vorbereitet für morgen jetzt weil ich wahrscheinlich ein wenig also für eine weile zwei videos am tag hochladen ich weiß nicht wie lange aber das ist ja auch egal habe ich irgendwelche drin na gut da muss ich schauen irgendwie ding wir nehmen erstmal diesen weg hier ja sicher können wir abschneiden ohne dass du nicht gewährst nur tanks sollte ich weiß nicht was steht hier wort jetzt weil ein panzer ihr versteht ich sehe nur noch red shirts den ganzen tag wollte ich nicht andere so schneiden aber ich finde es nicht schlimm mir gefällt dass ich liebe es ich liebe es zu schneiden ok weiter auf diesem weg müssten wir theoretisch glaube ich ja auf diesem weg kommen wir zu den haben wir bei rennen wort aber baut rennen das richtige aber baut nicht diese komischen knochenbrecher wie sich heute aber bauten nennen und vom so nicht leben wieder zurückbekommen hier kommen wir gleich zu den rennen die wir sofort gewinnen werden weil ich logisch so begabt bin in diesem spiel es hat mir letzte folge schon gesehen und am anfang am anfang von der testaufnahme ich weiß nicht ob ich die noch habe die testaufnahme kann ich bin ich habe mich nur ich bin da auf welting gestartet habe gesagt ja ich liebe das spiel habe es schon so oft gespielt und bin geradeaus aber hier so runter gehüpft und geplant war es behinderte also was dumme ich bin ich muss ich möchte ich versuche mich die ganze zeit anzugewinnen das nicht mehr zu sagen das ist verdammt das hat sich mega in mein hirn gefressen das so zu nennen auch wenn ich weiß dass man das nicht tun sollte also ich versuche mich abzugewöhnen und weiter geht es genau hier eine von den hier und da ist ein schalter wunderschöner fehler so fort alle wird uns jetzt nicht stören sagt jetzt ein leben falls wir das leben verlieren und da hinten ist muni ich werde jetzt alles brauchen was wir kriegen können weil das ist ekelhaft was jetzt gleich kommt ich gehe dann lieber mit den bombenhandschuhe rein wir fangen wir an zack zack war ja ich habe nicht gewisse ich kann erschrocken das war das war gerade ernst das war nicht übertrieben auch so meine güte überhaupt bin ich gerade erschrocken ich dachte da und ich meinte ja leicht easy total auch kein problem für mich wie könnte das denn auch mit dem problem sein für mich alles geldian wir haben 20.000 bowls zu fehlen uns nur noch 130.000 wir steigen mal nicht aus sondern gucken mal was die schlawiner hier machen da warte ich versuche ich vorbeizuschleichen verfolge ich gar nicht runter runter und runter hier oben ist munition da gab es einen automaten oder interessiert uns mal nicht gut dass wir uns ignorieren warum ich keine schleime ich ja nur will ich schießen was ist hier los alter wir sind alle gerade auf einer spritztour leute es schauen kinder zu ok da bin ich noch schnell aufgerissen das ist total normal ich glaube das haben sie so mit absicht und so gemacht eine spielst du auch auf deutsch wenn man hier lesen kann ich es jetzt denken zu minen handschuhe verspatter hallo feldkneu blaster pyro zieht horror bomben eine schönheit danke schön du auch also ja er meinte mich so nutzen wir das mal vollständig aus was ist das ding was was löst das siehst du aus als würde der darf sich so versuchen als hätte es nicht irgendwie ich kann es nicht beschreiben was das ist aber da kriegen wir die rieder rieder für deinen roboter im tausch ok ratchet hey war nur spaß tut mir leid der ist unverkäuflich was ist rieder überhaupt reiß ihn dir auf man was hast du zu mir gesagt r i d a reiß ihn dir auf man das ist der mächtigste raketenwerfer der galaxie der ist einen haufen bolz wert er muss ihn von dem blag gestohlen haben gestohlen hör zu du mülleimer hab ich gesagt der wäre heiß pass auf was du sagst sonst warte ich weiß schon reiß ihn dir auf warum es 150.000 kommen kaufen 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 schade war lustig gewesen weil es so ein random bug einfach da wo ich sofort kaufen kann naja dann war das spiel eigentlich verdammt einfach das ist wirklich die stärkste waffe in diesem spiel die ist eckenhaft stark da ist kein gegner mehr ein problem am meisten ist der end boss den schafft man locker den soll ich auch um einen dad den besiegt oder um ist geld die jahren das kann uns gleich holen hier hinauf ok hier hin money und weiter wir durften eigentlich sogar schon bald bei den rennen sein glaube ich wenn ich mich recht entsinne da lang ok jetzt eine hole an der polian das stimmt das stimmt hier erinnere ich mich hier ein bisschen oder erinnere ich mich ich mache erstmal eine runde aber nein ja gut ah 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 ok gut ich weiß nicht wieso da waren wieder sandsharks aber das war auch geil ich habe da so nachgeschaut ähm online so wo ich gesagt habe ich muss nachschauen im video ich glaube es war zweite folge dritte so was in der art ähm ich habe danach geguckt ich habe es echt gefunden ich fand das so lustig und danach habe ich im video gesagt ähm nee oder so irgendein name davor damit es cool klingt ich schaue nach und das gibt es auch äh eddie und das eddie and the sandshark so sowas was sag hopp so das ist ein interessanter arena kampf weil jedes mal jemand anderes gewinnen diesmal scheinen ja die haben locker gewonnen das letzte mal haben die verloren nein ok gut dass da mir in die kamera gerannt ist sonst hätte ich den nicht gesehen ah meine stimme stirbt irgendwie immer noch ich habe keine was los ist ja egal hier mal rüber hier CH sind wir jetzt schon vielleicht da nein noch nicht ok aber da vorne müsste man rauf gehen stimmt ich erinnere mich ok jetzt weiß ich wer es sind hier lang hier gibt es immer mehr oh der big man das wird jetzt geöffnet glaube ich ja bumm true epic hier ist geld und eine falle äh bitte links nein logisch nicht zack kann ich euch schon einsaugen nein ok die können wir töten und wir haben gleich unsere saugkanone wieder aufgefüllt hier lang und hier müssten man rauskommen ähm ich glaube immer wir gehen jetzt da alles durch nein au wechsel warum machst du das geräusch von der schrotflinte hier gleich brauche ich dich bam geld und leben nice wir öffnen hier mal alles wir nehmen jeden weg jeden weg hier hier hinten ist geld das wir nicht vergessen zack und das müsste ja da ist ein gold bolt da hinten aber ja da gibt es ein ganzes problem das startet ja schnell schnell sehen erkennen und whatever au 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 ich mag die augen ich mag deren augen das grün denk hier das ist das problemchen der schalter ist put und nein nein wie kommt man jetzt nur dahin ich frage mich wie man bloß diesen weg nehmen kann aber ich bin aber nichts was enki nicht lösen kann ha 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 jetzt zeige ich euch wie man das macht und wir gehen erst wir nehmen diesen aufzug hier whatever und booyah he 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 ha ha jetzt muss ich nur auf den skill haben rüber zu kommen das ist jetzt heikle arbeit ha 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 ich glaube die sicherste methode wäre es so die ganze zeit zu machen und ich glaube das mache ich auch ha das war nicht die methode die ich meinte das war pures glück dass ich es rüber geschafft habe gerade so und wir sind da booyah booyah ha ha ok zack 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 geld geld und gold bolt goldy bull die restlichen hier glaube ich kann man nicht öffnen also rennen wir mal schnell wieder zurück und gehen rauf zu unserem freund den panzer hätten sich noch geld wie viel yeah es waren 21.000 bowls die wir gerade aufgesammelt haben warte nein warte so au ok ich hatte gehofft dass das reicht ok bum bum es gilt denn sofort was ich wusste nicht dass die starten dass die waffe so stark war also sind bis jetzt was als gewonnen schottet neben ein zwei monster wie bei der black station die ein die zwei gebraucht haben aber waaat egal hier sind wir ja da vorne ist ne cutscene und die rennen und hier und hier Bis zum nächsten Mal.